Alarm 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 Ich verspreche, vorsichtig zu sein. Einverstanden? Ja, Dad? Na gut, James. Ja! Komm schon, Sarah. Dad sagt, es ist in Ordnung. Los, lass uns tolle Sandburgen bauen. Ich will aber heute keine Sandburgen bauen oder Krebse suchen. Nachher stolpern wir noch über so eine Kiste. Du bist echt langweilig. James! James! Komm zurück! Ich bin nicht langweilig. Keine Kiste zu sehen, Sir. Die Bucht ist frei. Sehr gut. Dann überprüfen Sie den Hafen, Paddy. Sofort, Sir. Hey, Mandy. Na endlich bin ich nicht mehr ganz allein am Strand. Was meinst du? Wollen wir was unternehmen? Super Idee! Ja! Ich habe wirklich eine super Idee. Ach, Elvis. Nicht schon wieder. Elvis! Wach auf! Sam? Bist du das? Brennt das Haus etwa? Unsinn. Du hast nur völlig verschlafen. Schon wieder. Oh nein. Mit Sarah macht das nie so viel Spaß. James! James! Komm schnell her! Die muss die Flut angespült haben. Ach, was da wohl drin steckt? Das ist eine von den Kisten. Ach, komm schon. Wir beide wollten doch was unternehmen, oder? Und was könnte schon aufregender sein als das hier? Wo steckt James denn bloß? Na, was immer da auch drin ist. Das ist richtig super schwer. Vielleicht ja ganz viele Dosenbohnen. Oh, vielleicht ja Goldbarren. Oder vielleicht ein Auto. Tja, wir müssen unbedingt reingucken. Ähm, sei vorsichtig, Mandy. Wieso? Das ist doch unser Schatz, James. Wir haben ihn doch entdeckt. Ja, du hast recht. Wir haben ihn gefunden. Also dürfen wir die Kiste auch aufmachen. Mhm. Nun beeil dich, Elvis. Oh, entschuldige, Sam. Ich komme im Moment einfach nicht so richtig aus dem Bett, weißt du? Macht nichts. Bis jetzt war es ja sehr ruhig. Oh. Oh, hör zu, ich weiß. Du ziehst von der einen und ich von der anderen Seite. Gute Idee. Fertig. Los. Oh. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Ich sagte aber ziehen und nicht schieben. Oh. Meine Beine. Ich stecke fest. Oh nein. Du musst ziehen. Los. Das bringt nichts. Hilfe. 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 James? Hilfe. 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 Oh nein. Was? Was suchst du denn da drunter? Wir wollten so gern sehen, was in der Kiste steckt. Dann ist sie auf mich raufgefallen. Du wusstest, dass es gefährlich sein könnte. Dad hat es gesagt. Stimmt schon. Das ist meine Schuld. Ich hatte ihn überredet. Ach. Nicht so wichtig. Hauptsache wir kriegen ihn wieder unter der Kiste raus. Es ist zwecklos. Die rührt sich kein bisschen. Äh. Hört ihr das auch? Die tickt ja. Ich muss Hilfe holen. Nein. Lass mich nicht allein, Sarah. Ihr wartet hier. Ich hole Hilfe. Keine Angst. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. Oh. James ist darunter eingeklemmt? Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Chef. Von wegen nicht viel los. Da sind sie. Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Äh, da seid ihr ja. Sam. Schafft ihr das auch? Na klar, James. Das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, dass vorhin mit dem langweilig. Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Was immer da drin ist, es wird lauter. So wie das klingt, sind das Uhren. Sehr viele. Nein, es sind Wecker. Immerhin wissen wir jetzt, was in den Kisten drin ist. Das ist alles nur passiert, weil wir uns vorhin so gestritten haben. Tut mir leid. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Komm mal her, Junge. Manchmal muss man Dinge einfach ganz für sich allein herausfinden. Danke, Sam. Danke, Elvis. Dafür sind wir ja da, James. Wenn ich eines nicht dulden kann, Cridlington, dann ist es zu spät, komm. Als Feuerwehrmann trägt man besondere Verantwortung. Ja, Hauptfeuerwehrmann-Stil, Sir. Aber in Anbetracht eurer heutigen Groß-Tater-Zemp vorgeschlagen, dass du eine Belohnung erhältst. Oh, das ist ja toll. Oh, was ist da drin? Das tickt ja. Oh? Oh, oh. Du brauchst einen Wecker. Vielleicht verschläfst du da nicht immer, Elvis. Oh, ja. ARD Text im Auftrag von Funk